Anita Wachter in ganz Vorarlberg werden in den kommenden Tagen die Schüler ihre mündliche Matura haben. Das ist ja so etwas wie, wenn man nach jahrelangem Training nun am Start steht und jetzt geht es um alles. Das Gefühl kennen Sie. Wie war das für Sie immer? Ich war eigentlich auch immer sehr, sehr nervös. Eigentlich meistens nur am Morgen im Hotel noch, sobald ich das Hotel verlassen hatte, wurde es besser, weil ich mich dort einfach auf andere Sachen konzentrieren musste und mich auf den Start vorbereiten. Aber ich glaube, die Nervosität gehört einfach dazu, um eine gute Leistung zu bringen. Was könnten Sie hier an Tipps oder Ratschlägen geben, wie man dieser Nervosität doch etwas beikommen kann? Ich glaube, wenn man gut vorbereitet ist, dann braucht man gar nicht so nervös zu sein. Dann läuft das sowieso. Und ich habe, wenn ich ganz nervös gewesen bin, eine Mandel zwischen meine Zähne genommen und daran immer ein bisschen gelutscht und gerieben. Das hat mir auch sehr geholfen. Und Bewegung war für mich einfach die beste Ablenkung von der Nervosität. Nun muss man sich auch vorstellen, knapp vor dem Start, was haben Sie da immer gemacht? Beziehungsweise, wenn man das umsetzt, knapp vor der Prüfung, sollen sich die Schüler jetzt eher bewegen, wenn es nach Ihnen ginge? Oder ist da auch Konzentration und Stille angesagt? Ganz kurz vor dem Start natürlich ist man schon ein bisschen ruhig. Man konzentriert sich auf das, was man machen muss, auf die Aufgabe. Und beim Skifahren bin ich einfach noch einmal im Kopf den Lauf durchgegangen. Ich bin meine Stärken durchgegangen, habe gesagt, okay, das schaffe ich. Und dann ist es manchmal sehr gut gegangen. Nicht immer. Wie sind Sie eigentlich auf den Trick mit der Mandel gekommen? Das hat mir meine Masseuse einmal verraten, dass es ganz gut sei. Ich habe das dann probiert und es hat mir dann auch wirklich geholfen. Wenn jetzt der Start gelaufen ist, wenn der Start passiert ist, die erste Frage gestellt ist, beziehungsweise Sie befinden sich auf der Strecke, hört dann die Nervosität auf? Geht man da in eine andere Welt hinein vielleicht? Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich im Starthaus gestanden bin und die Uhr hat gedickt, dann ist man in einer anderen Welt. Also man ist dann einfach so fokussiert auf das, was man tun muss. Und man startet hinaus und die ganze Nervosität ist weg. Und ja, zu hoffen ist natürlich, dass man einen guten Start hat, die ersten paar Tore gut fährt. Und in diesem Falle die ersten paar Fragen gut laufen. Dann ist alles schon geritzt. Gibt es eigentlich in Ihrem derzeitigen Leben auch noch Situationen, wo Sie mit Nervosität zu kämpfen haben, wo Sie nervös werden? Die gibt es sicher noch. Ja, als unsere Kinder das erste Mal in den Kindergarten gegangen sind, als sie zur Schule gekommen sind, also die Große gehen in die erste Klasse. Und ja, am ersten Schultag ist man immer ein bisschen nervös. Oder wenn sie eine kleine Prüfung hat, also sie geht jetzt erst in die erste Klasse. Aber sie haben dort auch schon kleine Prüfungen. Ja, und dann fiebert man auch schon ein bisschen mit und ist halt ein bisschen nervös, ob alles gut gehen wird. Und dann lutschen Sie im Mandelkerne? Nein, ich nicht. Also so nervös bin ich doch nicht.